Ich mach'n Rankenhieb noch. Und'n Flamm... äh... Feuersturm auf... Aaaaah, Attacke von Visaflor geht tatsächlich daneben. Giftstachel! Oh! Das reicht auf gar keinen Fall. Hab' ich hier noch irgendwas? N' Trank! Ich hab'n' Trank! Alter! Das ist schon die Hartz-IV. Generation! Die Hartz-IV. Generation! Oh! Revi, das hattest du, das Wortspiel? Ah! Okay. Haben wir gleich den Urheber hier drin. Den Urheber? Jemanden, der eine Uhr hebt? Ja. Es gibt Klantenräume, die A-Sozial heißen. A-Sozial... Ja. Oh, dieser Floss-Attacke ist schon wieder daneben gegangen. Ja, ich... 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 wir müssen ein bisschen... Ich glaube, das hat'n Grund. Ich sollte mal meinen Pokémon erst mal tauschen. Aber ich kann's mir nur auf ungefähr 20 bis 20.15 Uhr einstellen. 20 bis 20.15 Uhr? Ja, am Dienstag um 20.15 Uhr. Ja. Ach, wollte ich mit meinem Tornopto nicht eventuell mal in ein Pokémon-Center oder sowas? Ey, ich benutze gerade eine Donner-Stock-Attacke auf ein... Oh. Das hat sich irgendwie nur eine 10... Es wurde aufgetaut, ja! Das hat eine 10% Chance, glaube ich. Ja. Aber ich hab' mal einen Speedrun gesehen, da hat der Typ bis am Ende verhauen, weil... äh... Moment, warum hab' ich gerade auch einen Pikachu vergiftet? Du giftest heute wirklich jede Statusveränderung durch? Na gut, Gift hatten wir schon, aber... Ja. So, ich mach' jetzt aber noch was, und zwar... Ich geh' jetzt erst mal in ein Pokémon-Center. Puh... So... Wo ist das Pokémon-Center hier? Da ist das Pokémon-Center. Ich hab' die Medizin geholt, aber war nicht im Pokémon-Center. Ist das nicht klasse? So, kann ich das Pokémon bitte wieder zurück wechseln? Ich will Impergator. Aufwecker. Ja. Aufwecker für Pikachu! So, und... Jetzt noch Zerschneider. Sandan setzt Sandwirbel ein. Das ist mir egal, denn ich will eigentlich bloß Pikachu kaputt haben. Oder so. So, Glurak ist voll, das sieht zumindest so aus. Also gehen wir mal nach... Lavandir. Ach, Moment! Oh, das ist jetzt fast die Rolltreppe runtergegangen da. Äh... Also mein Tornopto ist jetzt geheilt, oder wie? Pokémon Edeka und Pokémon Aldi, da würde ich eher Lidl und Aldi nehmen. Weil das sind doch die beiden großen Konkurrenten. Ja. Könnte sein. Ja. Was ist mit Revo und Edeka? Revo und Edeka könnte man machen, mal. Ja. Ja, das sind auch so... Also die würde ich miteinander so ein bisschen noch verbinden. So, so... Aber genauso sehr wie Aldi und Lidl halt. Hm? Oder Netto und Aldi. Pokémon VW und Pokémon. Oder Aldi und Aldi! Ach, Aldi ist auch so streitsüchtig. Pokémon VW und Pokémon Porsche. Die Skandal-Edition. Die waren so schlecht, die waren der einzige Skandal. Ja, aber niemand möchte mehr drüber reden. Und die wichtigste Attacke im Spiel ist natürlich Giftwolke. Mhm. Weil... Wegen Gift, Gas und Gas und ja. Weißt du was? Ja. Genau. Man hat nur Gift-Pokémon in dem... Ja, man spielt es aus der Sicht eines Arema-Weiteres. Man hat nur einen Pokémon-Typen dabei. Einen Typen hat man da. Der Typ! So, ähm... Muss ich hier lang? Ja. Ah, jetzt komm ich da lang! Das gibt's noch nicht. Okay. Ich wollte auch eigentlich... Nein, ich wollte hoch. Hochwärts. So. Ich versuch hier gerade mehrfach durchzukommen irgendwo. Und irgendwo mal Progress zu kriegen. Das Problem ist, wenn man das bei mehreren Editionen gleichzeitig versucht, dann ist das schon wieder schwieriger. So, Zerschneider. Zweimal. Was? Nein! Keine AP mehr. Na, dann nehme ich Rankenhieb. In der nächsten... Und es ist paralysiert. In der nächsten Generation gibt's sicherlich eine weiter unnötige Wasserform. Hm. Ah. Ich kann keine Alten tragen. Ich hasse das. Soll's noch allem geben. Wir haben Taucher. Wir haben Surfer. Kampfgarten. Geduld kann ich wegschmeißen. Vollpool. Mama ruft dich an. Mama, wir haben Mama. Heute habe ich eine tolle Puppe gesehen. Oh oh. Und sie für dich gekauft. Von deinem Geld. Ich hoffe, sie redet nicht von der Puppe. Nee, ja. Ja. Da legst du lieber schnell auf. Sie will das Thema gar nicht erst weiter verinnerlicht. Genau. So, was haben wir hier noch? Pokémon Center Gitarren Version. Ach so, ja. Ich war ja noch nicht... Ah, ich war in einem Pokémon Center. Aber, ja. Pokémon Kreis und Pokémon Viereck. Pokémon Teddy und Kick. Teddy und Kick? Auch nicht schlecht. Bin grad am überlegen, wie ich das mache am besten mit dem... Weil, weil, weil ich kann ja... So ein richtig tolles... So ein richtig tollen Verstärker für meine E-Gitarre. Aufwecker, ja. Warte mal, haben wir auch einen Para-Heiler? Das wär's, wenn wir sowas jetzt... Nein, haben wir nicht. Gut. Aber Bären hast du bestimmt. Hä? Bären? Bären könnte... Bären könnte... Ich weiß nicht, ob ich Bären in Pokémon... Dort... Hab. Bären Töter. Bären Töter? Bären Katapult! Was? Bären Katapult! Was ist, äh, gefährlicher als fliegende Bären? Fliegende Bären mit Stadtreitechsen. Pokémon Stadt Landfluss. Oh mein Gott, ja. Nur in Städten, nur in Ländern und bei dem anderen nur in Flüssen, ja. Too much water. Too much city, too much country, ja. Ja. Rasierblatt und jetzt trifft bitte endlich, endlich, ey. Oh. Ich bin ja voll begeistert. So, jetzt haben wir hier übrigens ein Pokémon Center. Pokémon Stadt ist dann quasi Illuminous City The Game. Mhm. Moment, erstmal heilig hier. Oh nein, da kommt noch was, ein Sandama. Dann machen wir da Rankenhieb noch. Und werden von Kratzer nicht getötet, gut. Oh, das ist... Ja, es klappt. Ja. Äh, ich hab'n Torgepie in den Kampf geschickt. Bären Giftstachel. Giftstachel. Äh, kann ich auch flüchten vor dem Vieh? Fluchtunmöglich. Oh. Oh. Naja, gleich. Oh, noch ein... noch ein Rettern. Was kommt noch alles? Ah, der war tief in die Tasche gegriffen, der Typ. Ja. Der soll nicht so tief in die Tasche gegriffen. Oh, der war doch noch Volltreffer. Und jetzt mach' ich aber ein Rasierblatt und es ist nicht sehr effektiv, aber... reicht. Pokémon dort, Pokémon da, Pokémon Dings und Bums. Pokémon Dings und Pokémon Bums, ja. Pokémon Super Arterium, Pokémon Kika. So, ich hab' hier... Ich bin hier gerade vor Hartwig, oder... G-Shop und Euroshop. Monopoly und Spiel des Lebens. Oh. So, bei den beiden ist jetzt offen, aber ich will erst mal meine Pokémon heilen. Und dann kommt das Gitarending. Mit Pokémon Monopoly ist es hier ins Gefängnis zu kommen. Pokémon Bayern München und Pokémon Borussia Rival. Boah. Oh, ne. Und die Rockets sind dann irgendwelche Hooligan-Anhänger. Okay, den... der... der tut mir nix mehr. Ey, mal vor, es gibt irgendwann ein Pokémon, das wie ein Fußball aussieht. Das wär' was. Ja. Ähm. Pommelhoff. Jetzt spiel' ich auch Pokémon Hartkult. Mal gucken, ob ich die überhole, ey. Okay. Es könnte ja jemand mal versuchen, alle vier Editionen anzufangen. Und zu gucken, ob... Bei simultanem Spiel, der alles schneller durchkriegt, als ich, fertig wäre hier. Also, wenn sie schon angefangen haben, als das LP begonnen hat, dann wahrscheinlich schon. Ich bin übrigens in einem Pokémon Center jetzt nochmal. Soll ich mal? Ja. Ja. Okay. Dann... Bitte einmal kurz Geduld. Und ich hoffe, mein Mikro geht dann nicht aus. Äh... Jetzt kommt alle Geduld ein. Speichern Energie. Speichern Energie. Ich greife aber nicht an. Ha. Ich setze mal nur Heuler ein. Äh. Geduld Pokémon heilt zurück. Jo. So. So. Üh. Sieben Tage in der Woche steh' ich unter diesem Wasserfall und stehle mich. So. Naja, wenn man sonst nichts bekommt. Ich hoffe, das ist... ...nicht wirklich. Das kann fast wie Löwenzahn. Mh. 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 Ja, holen wir alle unsere Feuerzeuge raus. Was ist los? Wir holen alle unsere Feuerzeuge raus, auf diese üblichen Klänge. Warte mal, ich kann ja erstmal mit Alabastia anfangen. Aber ich wollte ja eigentlich noch was anschließen. Anschließend. Ich speichere immer noch Energie. Das Blöde ist, wenn ich das jetzt abziehe, dann höre ich niemanden mehr. Deshalb... Wie mache ich das jetzt? Das Kabel ist nicht lang genug. Oh, das ist jetzt das echte Dilemma. Egal, dann kann ich euch leider gerade nicht hören. Ich hoffe, ihr findet das nicht so schlimm, was ich hier spiele. Und deswegen ziehe ich dann erstmal den Stecker voraus, damit ich sozusagen nichts mehr weiter höre. Jemand will schon ein Kind von dir, bevor du überhaupt richtig angefangen hast. Dankeschön. Oh mein Gott. So, Moment. Kleinen, kleinen, kleinen Moment noch. So. Okay. Jetzt kann ich leider niemanden mehr hören. Moment, doch. Ich habe eine Idee, wie ich es doch kann. Haha. Ihr könnt nicht lästern. Ihr könnt nicht lästern. So. Ähm. Kannst du mal was sagen? Hallo? Okay. Ich gehe mal davon aus, ich höre dich noch nicht, aber... So. Jetzt höre ich alles. Okay? Ich liebe dich. Oh weia. Okay. Ähm. Ich versuche jetzt nochmal zu hören, wie laut wird's. Achso, ich muss auch anmachen. Klingt doch schon mal. Oder? Hört man was davon? Ja. Jetzt habe ich nur ein Problem mit meinem Kopfhörerkram. Das ändere ich mal schnell. Und ja, es summt ein wenig. Tut mir sehr leid. So ist das meistens bei Verstärkern. So. Auf, auf. Ähm. Achso, ich müsste mal leiser stellen, ne? Warte mal. Nein, ich meine jetzt, ich müsste erstmal das ausstellen. So. Jetzt hört man nämlich nicht mehr den Hintergrund-Sound. Warum war der überhaupt an? Egal. So. 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 Ups! Falsches Lied! Hallo? Noch da? Dankeschön! Na, Moment. Wie war denn das? Nee. Nee? Ah, genau. Oder? Ah! 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 Das war jetzt ein bisschen falsch, naja, wie auch immer. So, eins habe ich aber noch, da habe ich extra dran geübt. So, eins habe ich extra dran geübt. Ja, leider ein bisschen sehr verspielt, aber trotzdem. Was war das, das letzte? Was? Nochmal? Nee, dann versuch ich's nochmal. Na, nochmal. Na. Ja. Kommst du nicht drauf? Ich habe ein bisschen was dazu gespielt, aber... Gerrys Thema. Das kennst du, oder? Ja. Oh, und eins aus Megaman 9. Ja, wie auch immer. So. Danke. Oh, warte mal, ich habe noch was. Das ist eins von mir selber. So. Das reicht jetzt aber. So, ich spiele mal weiter. Ich kann mich ja nicht ewig da rumdrücken. Oh. Tja, nun ist es vorbei. Mit den Zuschauern. Ich höre dich noch genauso doll wie vorher, aber... Upsa. Ähm. Ja, also, ich merke auch, dass hier gerade irgendwie was im... Äh... Ja, ich merke auch, hier ist irgendwie was, äh... Hier gibt's gar keinen Ausschlag mehr beim... Hintergrundkram. Ach so, oh, das... Ich weiß, warum. Ich weiß, warum. Ich habe umgestellt. Upsi. Naja, gut. Ähm. Entschuldigung. Ähm. Na gut, Moment. Moment. Ich weiß gar nicht, wo waren denn da die Besten? Was waren denn die Besten daran? Ach so, okay. Entschuldigung. Entschuldigung. Okay, dann, ähm... Ja, dann haben wir das gerade geklärt. Deswegen ist ein gewisser Herr Hase nicht zu hören gewesen. Naja, nö, die waren einfach nur leise. Oh, wo muss ich ihn denn reinstecken? Das ist jetzt gerade ein bisschen schwer zu erfüllen. Ähm. Ich glaube, ich habe den richtigen gefunden. Ich bin mal gespannt, was passiert, wenn... Ich auf... Ne, Lautsprecher nicht angeschlossen. Dann habe ich wohl den falschen... ... gehabt. Moment. Ach, komm schon. Ich muss doch irgendwo hier... Ja. Das ist echt schlimm. Ich schneide das auf jeden Fall raus. Wenn ich es nicht vergesse. Oh Gott. Oh Gott. Das sicherlich nicht. So, Lautsprecher-Ausgang. Das klingt gut. Jetzt kann ich nämlich dann... Hä? Nicht angeschlossen? Hä? Ja. Nee, also, äh... Man dürfte dich eigentlich gerade noch nicht... Äh... Moment. So, jetzt... Ah! Jetzt müsste man dich eigentlich dann wieder hören können. Ich müsste nur selber... Ich kann dich gerade noch nicht hören. Ähm... Kleinen Moment. Ja, 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 hoffe ich. Ja, du bist wieder da. Ups. 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 Ups.